Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Sly Raccoon. Da müssen wir noch das Level dort machen gehen. Ob wir es jetzt müssen. Ich mach's auf jeden Fall. Drennender Flammtempel. Wir brauchen die Schüsse hundertprozentig noch. Das kann ich mir anders gar nicht vorstellen. Aua. Vielleicht ist es ja ein Bummislevel. Keine Ahnung. Okay, das hat jetzt nicht mal geklappt. Schade. Mit derartigen Fassade ist das hier so etwas wie ein Trainingsplatz. Sei vorsichtig. Trainingsplatz? Muss euch denn da vorsichtig sein? Nein, da können die nichts. Da kommt ihr Holzmänner. Ne, die übersehe ich nicht. Nur 25. Okay. Das heißt ja das Level relativ kurz ist. Hier schon ein Checkpoint, alles klar. Den haben wir schon weg. Vielleicht kann man wieder einen Hof reisen. Da ist auch noch eins. Wie soll ich jetzt noch zeigen, mein ich? Sind hier Flaschen? Ne. Oh. Hast mich gesehen. Schlimm. Wer hat dein Maul? Ich kann mich zwar auch unsichtbar machen, aber... Ich kann mich zwar auch unsichtbar machen, aber... Da ist am Ende kein Unterschied. So. So. Jetzt haben wir. Goldnishufeisen. Willst du? Rorsch. Okay. Oh ja. Haben wir ja gut geschafft. Geht hier denn ab? Möcht ich die alle weghauen? Nö. Sind anscheinend noch friedlich. Tun... Wohl noch offen noch. Ah. Da kann ich ja nichts. Der ist nämlich erst mal alle Münzen weg. Geht's dir noch gut? Ach so. Hier kann ich was. Möcht ich die jetzt noch und noch weg snacken müssen, oder? Nö. Einfach einen dicken Haufen auf die draufsetzen. Alles klar. Scheiße. Okay. Boah, die machen aber auch einen... Ton, ne? So. Dann ist hier bestimmt noch eine Flasche. Auf der anderen Seite. Das musste ich jetzt noch probieren. Hab ich gedacht. Es ist noch rechts oben noch alles. Ich kann ja auch noch hier hoch, vielleicht ist hier noch was. Ah ja. Toll. Hätt ich bestimmt noch laufen können. Ist dort rechts noch was? Doch das hier dann mal aufhören, solche... Geräusche zu machen. Ich hör's mal die Flaschen hier. Ist das ja jetzt der reguläre Weg? Ne, ne? So. Ach so, hier ist der Schreck. Okay. Bam, 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 bam. Das wär jetzt krass gewesen, hätte ich gegen die alle kämpfen müssen. Und die kann eigentlich nicht... Ich hab gedacht, dass die irgendwie so kacken wirft. Ah ja. Schieß? Flaschen. Und dann... Bäm. Die Frage, wo muss ich lang? Ich geh erst mal hier lang. Okay, hier sind... Hier oben ist der Schlüssel. Geh ich mal davon aus, dass hier nicht der reguläre Weg ist, oder? Mal gucken. Hier auf jeden Fall sind ein Ding. Zck. Geh mal hier hoch. Ach so, hier sind... Ein paar Flaschen. Oder ist das einfach nur ein anderer Weg? Ne, hier sind nur Flaschen. Okay. Ist ja nicht schlimm. Hier unten ist doch auch noch was. Oder? Ne. Das sah nur kurz so aus. Na ja, schlecht aus. Wie die nichts kennen. Okay. Kein Problem. Ne. Keine Flaschen. Okay. Krieg ich die Echt Zapf weg? Ne. Also nicht schlimm, wenn... wir getroffen werden, aber... wird man nicht. Alter Scheiß, hier ist schon ne Schlüssel? Du Kack hab' ich viel übersehen. Hm? Egal. Mir kommen auch so gut voran. Hoffentlich die ganzen extra Quacksähigkeiten. Ja. Nur vor, dass wir diesen Dreiecksprung da haben jetzt... Der war wirklich... ist jetzt am hilfreichsten. So jetzt hab' ich doch vier Schlüssel, ne? Hm. Ach, ich wär' sogar noch ein Trampolin gewesen. Ach, ich wär' sogar noch ein Trampolin gewesen. Ich bin zu 99 Prozent sicher, dass du auch einer von ihnen bis ganz nach oben auf die Statue reiten kannst, bevor sie explodiert. Äh, und was ist mit dem letzten Prozent? Nun, in diesem Fall als Leih wirst du in Stücke gerissen. Aber die Erfahrung ist ohne Zweifel spektakulär. Schön. Nur um an die Raketen heranzukommen, benötigt nur die sieben Schatzschlüssel des Panda-Königs. Okay, die glaube ich in Nullkommix. Okay, wir haben jetzt vier, ne? Ah, ja. Oh, ne, war das blöd. Einer wir mal auch noch in dem Part. Oh, wieder sowas, ey. Boah. Das hätte ich mal lieber ein anderes Part gehabt. Nimm mal. Oh Gott. Einen anderen Part gemacht. Das ist genauso ein Fahrzeug wie in Miss Ruby's Lager. Niemand, der richtig gut mit Hightecher umgehen kann. Was sagt diese Jungs mit großen Gelände? Das fünfte Lied der teutischen Künften Leiden. Nicht vergessen, denn den linken Analog-Stick kann für die Künfte. Ja, okay. Ah, mit meinem Abgang. Neues Level, nice. Wann eben. Wann wollen die denn ja? In Abgang. Kann sie alle aus ihrem Loch raus. Fließband? Achtung, Achtung, meine tollen Angestellten. Es ist mir zu hoch. Es ist ja aber jetzt nicht grad schwierig hier. Dass alle aus dem Loch kommen. Die Kranic sind mit einem Schuss down. Crew in Camp Laselo oder dieser Affe da. Laselo. Den haue ich hier die ganze Zeit auf die Fresse. Toll, jetzt hab ich irgendwas kaputt gemacht Oh ja, jetzt sind es ja schon drei Komm, jetzt können wir langsam wirklich eins So, klappen Jawoll Jetzt ist dann auch kein Problemchen mehr Okay, set mal Deine Tür sind kaputt, schießen Checkpunkt Okay Oh lol, jetzt bin ich jetzt... Oh, Alter Die können hier rüber, die rollen hier rüber Na gut, das wissen wir nicht Jetzt hab ich wegen diesem Scheiß Hufeisen verloren Oder Glücksbring Alles schon ärmerisch Oh, ich hab jetzt eine richtige Waffe und die... Oh was, schon? Okay Ging jetzt schneller als gedacht Oh, ich hab mich jetzt selber ein bisschen Ein verzweifeltes Rennen, oh nein Ach, scheiße, oh nee, bitte nicht Äh... Äh... Und plötzlich sind überall Affen, die mich nerven Mit ihnen ein Rennen über drei Runden zu fahren Und einen Schlüssel zu bekommen Wir brauchen den Schlüssel Meinst du, du schaffst das? Komm schon, Sly Das ist ein Haufen Affen Ich und verliert... Gesteuert wird mit dem Nicken-Analog-Stick Und mit der Quadrat-Taste Kannst du die gesamten Niveau-Stick Das ist doch... Ich hab jetzt schon... Boah Oh, weh, die Perspektive bleibt so, ne? Ey, das Handling ist doch so... Für den Müll Aber es scheint jetzt ein bisschen einfacher zu sein Aber zumindest ist es hier die Beschleunigung bei allen gleich Geh weg Noch kein einziges Mal Nitro eingesetzt Aber jetzt... Schauen Haben wir schon ne Runde weg? Okay Ein bisschen kurze Runden Ein bisschen lange machen Wir sehen, dass ich die mal Einkrieg Scheiß, jetzt hab ich die Nitroflächen geklappt Nein, oh, ist das ärgerlich Na gut, ich soll das direkt beim ersten Mal schaffen Natürlich schon geil Ich brauch noch ein, zwei Flaschen und dann denk ich mal, hätt ich den dort Komm, da vorne ist noch die eine, die ich brauch Scheiße, Eis Wow, 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 wow Komm, jawoll Nitro Nice, komm Bitte, 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 bitte Okay, das Rennen ist, glaube ich, ein bisschen einfacher Easy Easy Murray, jetzt kann ich den Schlüssel Oh, da freue ich mich erst mal, dass das Dreck wegkamm, ne Noch noch einen Schlüssel Ist mir einfach Glück Oder die Taktik war halt so gut, dass man die immer so in mehreren Etappen einsetzt Also so ein bisschen mehr nacheinander Die Kack-Schlüsseln Ja, egal, ich beende dann erstmal den Part und tschüss bis zum nächsten Part Die Kack-Schlüsseln